Das ist schon meine Hausnummer und dazu noch 2.304 Tech-Punkte ist, äh, 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 sehr gut. Ich denke mal, das wird eine 9er-Wertung. Aha, Self-Learning-Eye, Grafik V7. Das machen wir. Oh Mann, ich bin gespannt. Oh, das tat weh. Ich hätte eher gedacht, dass das, das Ratio ist zu schlecht, verdammt. Ja, da haben wir ja an den falschen Stellen geboostet. Okay. Ei, 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 Geld in Sand gesetzt. Na gut, Train. Das Problem ist jetzt, dass wir das schwierig, ähm, überboten bekommen. Das heißt, wir müssen weiter AAA-Titel machen. So, Game Design. Spezialist, Programm, Boost 3. Ich müsste irgendwas machen, was, ähm, relativ ausgeglichen das benötigt. Aber das kriege ich besser hin, wenn die Sachen ausgeglichen sind. So, Programmier du da mal. Rain. Programmier du auch mal. So, naja. Nicht besonders gut. Ich glaube, die Kosten sind aber dann höher. Also, die, äh, des Spiels. 10,8 Millionen damit eingenommen. 15,8k Fans. Ja. Kommt aber gut Geld rein. Schauen wir mal kurz, ähm, Game History. Wir haben 18 Millionen dafür bezahlt und reinbekommen. 34. Also ist Profit dabei. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, die Leute wollen bald, äh, in Urlaub. Alter Schwede, diese blöden Fliegenderven hier. So, hast du eben gerade programmiert? Ich weiß es nicht. Äh, du wirst jetzt hier fast alles machen können. Das ist schon schön aus der Dialoge. Du musst AI. Kann ich das hier boosten? Nö, geht eigentlich nicht. So. Play System 3 geht vom Markt. Train. Port-Management, weil ich nicht weiß, was er zuletzt gemacht hat. Ah, Centerlication. Ganz schnell das nächste Spiel entfangen. Wahrscheinlich dann auch wieder ein AAA-Titel. Und dann mal darauf achten, die eigene Convention oder das eigene Marketing mal zu starten. Was könnten wir denn da Gutes machen? Irgendwie vielleicht ein Action-Adventure? Oder so? Ein Action-Adventure, da hätte ich Lust drauf. Ich wüsste nur noch nicht genau, was. Äh. Aber wir können das Geld uns sparen. Wohl. Develop a new game. AAA. Pick a topic. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir da? Was ist gut als Action-Adventure? Nur zum Beispiel für den PC. Ein Fantasy-Action-Adventure? Da könnten wir ein Sequel machen. Als MMO auch noch. Nein. Das ist denn richtig teuer? Sequel. Und zwar... Ähm... Hat ein Sequel... Äh... D-d-d-d... Risen. Pirate... Action-Adventure. Genau. Das ist ein... Ist das ein Pirate? Eigentlich ist... Ja, ja, ja. Lass mal auf ihn machen. Kann ich das hier selektieren und dann... Daraus Fantasy machen? Ja. Okay. Action-Adventure. Oder Adventure-Action. Äh... 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 Simulation... So mal... Äh... RPG. Action-Adventure. So rum vielleicht. Oder ist Adventure-Action... Besser. Mh... 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 Plattform... Ja, auf für den PC... Oder M-Box Next. Wie macht sie es denn auf eine M-Box Next? Ich glaube nicht so gut. Da wird vielleicht besser. Also wir machen das. Yes. Und machen dann ein... Action-RPG daraus. Risen 3. Ein Action-RPG auf der M-Box Next. Und... Ähm... Ähm... Ja... Für alle... Die alte Engine... Mh... 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 Oder... Das blöde ist, dass hier... Ähm... Das Ratio, ne? Wir machen RPG als erstes. Es ist hauptsächlich ein... Ach komm. So rum machen wir das. Das gefällt mir jetzt am besten. RPG-Action. So. Triple-A, Risen 3, M-Box Next. Für alle... Äh... Habe ich das richtig nochmal gemacht? Also nochmal. Triple-A, Risen 3, Fantasy. Jo. RPG-Action. Jo. Check, check. M-Box Next. Engine. Okay. Ja, dann mal gucken. Dann mal Proof. So. Also weil es RPG ist, ist halt Engine eben wenig nötig. Da kann alles rein. Gameplay Engine, ja. Video Playback, also Save Game ist schon mal. Mod Support, Save to Cloud. Video Playback. Also wir kriegen 180. Machen wir das mal. Oder Save to Cloud. Mod Support. Und Multiplay... Hm. Hätte gedacht, dass Multiplayer geht. So, das geht aber. Der Rest geht auch. Kurz geschaut. Gameplay. Zack. Haben wir dich. Story und Quest haben wir niemanden. Das wärst du. Okay. Und Engine haben wir dich. Okay, dann leg mal los. So, schon mal die, äh, Dings. Wir haben 1,1 Millionen Fans. Puh, jo. Dann, dann mal los. Fast gar nichts. Das hat mich jetzt gebracht. Engine. Gameplay. Marketing. Magazine. Und Demos. Wie ist das denn hier? Wann ist denn das nochmal vorbei? Ist schon langsam ein bisschen spät. Ich möchte gerne die Dings, AAA Marketing Kampagne machen. So, also, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Hier brauchen wir eigentlich alles. Wollte ich mal sagen. Alles rein. Und dann nehmen wir doch mal kurz geguckt. Äh, AI. Haben wir dich. Dann haben wir Level Design. Dich. Dialoge haben wir niemanden. Ähm. Grafik werden wir noch brauchen. World Design auch. Ja, dann ist das halt so. 98%. Ja. Schon okay. Ähm, AI ein bisschen runter und dann passt das. Gut. So, du darfst auch nochmal. Du. So, und das verkauft sich immer noch. Das fällt ja richtig lang an, weil es ein AAA Titel ist. Oh komm, wie viel waren das denn? 1600? 1800? Können wir schon fast vergessen. Auf jeden Fall, der Hype ist schon mal nicht schlecht. So, allgemein. Na gut. Äh. Okay. Marketingkampagne kostet 1000. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in der Zeit. Okay. Also, Welt Design. Grafik ist okay. Der Sound ist, ja. Stereo. Nein, so. V6. Day-Night-Cycle. Da kann alles rein. Sehr schön. Du. Du, 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 du. Ricky, Rattle. Ähm. Und Beverly. Ricky, du gehst da rauf. Zack. World Design. Zack. Und Grafik. Zack. Das passt. Super. Alles drinne, was wir hier haben können. So. GTA ist nun vom Markt. Sehr schön. Okay. Marketing. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Aber Large Campaign nochmal hin. Tech kommt nicht ganz hinterher. Oder doch? Also, Design haben wir schon wieder das alte fast eingerollt. Ja, haben wir geschafft. Aber der Sound muss jetzt hier nochmal uns rausreißen. Oh, oh, oh. Ich glaube, äh, na gut, wir haben jetzt ein Sequel. Das ist schon ganz gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm. Aber die Geschichte da... Aber gut, also ich würde sagen, mit ein bisschen Glück wird das auch wieder ein guter Treffer. Äh, die Kampagne kommt jetzt hier gleich auch nochmal. Oh, das haut vielleicht so noch hin. Besser wäre es, wenn wir sie gleich am Anfang starten. Gleich am Anfang. Ja, 32. So, noch mal schnell den letzten Rest da. Kampagne. Aha. Was passiert jetzt? Bin gespannt. Okay, okay. Back weg. So. 2522 zu 2311 ist, äh... Ist okay. Komm, ist okay. Neuer Rekord auf jeden Fall. So, dann kriegen einige wieder mehr Geld. Realistic Body Language. Wisst ihr was? Wir researchen jetzt hier mal ein paar Sachen. Das einmal. Und machen dann eine neue Engine. Orchestral Sound. Oh, oh. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, die 10. Da ist sie, die erste. Die zweite. Die zweite. Die dritte. Ja! Da haben wir sie. Die Vierfachzehn. Bam! Musik. Ja, ich bin erinnert. Ja, ich bin... Ich bin...